Willkommen zurück in Miami, willkommen zurück in der Kampagne von Transport FIFA 2. Wir haben letztes Mal aufgehört, als wir eine Entscheidung treffen mussten, und zwar sollen wir, um unsere zwielistigen Geschäfte hier ein bisschen legaler aussehen zu lassen, in eine von zwei Möglichkeiten investieren. Einmal in eine Rentler-Siedlung oder in eine Spring Break-Siedlung. Ich hätte ja gerne mal beides vorbereitet, aber wir machen mal Spring Break. Lege die Erträge deiner zwielichtigen Transportfirma solide an. Baue eine Partystadt für die junge Generation und versorge sie mit Fusel. Nur so ist deine Knete vor einer Beschlagnahmung sicher. Okay, Geschäftsgebäude. Ist denn Spring Break-Siedlung, ist denn hier West Palm Beach Spring Break-Siedlung? Vermutlich ja, ne? Ist hier jetzt nicht nur mal eine extra Siedlung. Aber das tun wir ja eh schon. Das ist der Vorteil. Wir liefern ja eh schon. Fahrt ihr nach Spring Break als nächstes oder da hinten hin? Oder fahrt ihr, woher fahrt ihr als nächstes hin? Es kann sogar sein, dass die das direkt mitnehmen. Die fahren in die Stadt. Okay. Oder mal gucken. Die werden uns wahrscheinlich schon weiter liefern. Welche Linie ist das? Linie 9. Das war die Linie, ne? Die hätten auch die Sachen hinbringt. Könnten da aber noch ein paar neue Trucks ansetzen, würde ich sagen. Ist das Linie 9, die hier die beiden Städte abdicht? Ja genau. So, sehr gut. Dann noch ein paar neue LKWs ansetzen. Die Busse, wie sind die eigentlich ausgelastet? Da könnten wir auch mal einsteigen. Ob wir mal was können. Bisschen Busmitfahrt machen. Die sind auch voll, ne? Ja, voller Bus. Die Rentnersiedlung wäre dann die andere Siedlung hinten gewesen. Auf der anderen Seite von Florida. Dort mussten wir ja, glaube ich, Zigarren dann statt Dings hin liefern. Ich glaube, sonst hätte das keinen Unterschied gemacht. Ein bisschen im Stau. Hm, wie voll ist das hier? Das steht schon ganz schön im Stau. Schau mal, wie das hier steht. Na ja, einer nach dem anderen liefert der LKWs liefern da wahrscheinlich ab. Und deswegen braucht das einen kleinen Wind. Die fasst auch nichts an. War irgendwer was dabei? Der hat Rum dabei. Ja okay, Rum ist schon mal gut. Aber ich würde gerne eigentlich lieber Baumaterial, dass die Baumaterial dabei hätten. Ist da was dabei? Ne. Neigen hier hier eins. Neigen hier fünf. Neigen hier neuen hieren Baumaterial dabei. Sehr gut. Also, ein bisschen Baumaterial schon mal dahin liefern. Neige Züge können wir ja gar nicht bauen, also im Endeffekt müssen wir was mit LKWs machen. Was man machen könnte, ist überlegen, dass man nochmal eine Direktverbindung hier dazwischen gelegt. Aber da die E hinten rumfahren, aber trotzdem können wir es mal machen. So. Es kann natürlich sein, dass die jetzt hier auch anfangen rüberzufahren, denke ich mal zumindest. Ah, die wird sogar kleiner. Miami soll immer noch wachsen. 924. Ja, es könnte so die größte Stadt bisher sein. Was hat der abgeliefert? Ich hoffe, dass die auch ein bisschen Baumaterial mitnehmen. Ich meine, 16 haben wir schon abgeliefert, ist gut, dann nochmal 12 dabei, das passt doch so langsam. Hier auch nochmal 9, perfekt. Dann haben wir es gleich schon geschafft. Weil der Vorteil ist, dass wir jetzt hier schon so viel verbunden haben von den Linien, dass wahrscheinlich auch nicht mehr viel kommen kann. Also die produzieren jetzt auch mehr, weil die tatsächlich jetzt ausgebaut wurden. sehr gut. Wir können jetzt hier alles wegnehmen. Von der Produktion funktioniert das sehr gut. Wie viel sind das? 23? Na gut. Rum müssten wir mal gucken, dass wir noch ein bisschen Rum ab und zu mitnehmen können, weil teilweise sind die schon sehr voll. Das sind glaube ich die LKWs hier. Der ist Linie 1, sehr gut. Rum haben wir auch jetzt fast voll. Okay. Wo wollen wir nochmal einsteigen? Lass uns mal irgendwo in ein LKW oder in ein Flugzeug oder in ein Schiff einsteigen. Wir sind noch gar nicht mit Schiffen mitgefahren. Gucken wir mal, wie Miami so ein bisschen vom Meer aussieht. Das stimmt auch stark aus. Ich meine, die Stadt ist ja jetzt nicht mehr so klein. Ja, hat auch was. Hier vom Meer aus. Auf diese Hochhäuserfront hier zu gucken. Ich glaube, die sind teilweise auch KI, oder? Also, dass die nicht KI, sondern das ist teilweise auch ein bisschen erstellt. Dass die Hochhäuserfront nicht zerstört wird. Ich meine, dahinter steht ja auch schon richtig viele von den höheren Häusern. Da wurden jetzt ordentlich Sachen ausgeladen. Linie 1, das ist Linie 9, sehr gut. Auf die Strache von Florida geht es wild zu und die Polizei ist dir dicht auf den Fersen. Äh, fragwürdiges markiertes Gebiet. Ah, okay, wir dürfen jetzt hier keinen mit Dings haben. Das ist ja einfach. Wir können den Verkehr ja einfach anhalten, wenn da gleich ein LKW kommt. Ich meine, jetzt sind die eh alle entladen. Die kommen. Alles gut. Und dann warten wir jetzt mal kurz, wenn jetzt ein LKW kommen sollte. Dann halten wir den davor an. Wenn nicht, dann haben wir Glück gehabt. So. Na, kommt da was? Ich glaube nicht. Du hast schon vier befahren die Straße, ja? Sehr gut. Du hast es geschafft, deine Gewinne in ein seriöses Unternehmen zu investieren. Deine Weste ist blütenweiß. Indessen wurden zahlreiche Mittelsmänner verhaftet und deine Auftraggeberin ist spurlos verschwunden. Vielleicht besser, auf etwas legalere Aktivitäten umzusatteln. Ein Filmteam möchte eine TV-Show über das verruchte Pflaster von Miami drehen. Da ist deine Expertise gefragt. Ist das Miami Vice? Die ganze Serie dreht sich um zwei lässige, verdeckte Ermittler, die sich in schicken Sackos durch den Verbrechenssumpf von Miami pflügen. Dank deiner Erfahrung sollen die spektakulären Szenen besonders realitätsnah ausfallen. Das ist Miami Vice. Ich habe die Serie nie gesehen, die ist ein bisschen älter. Aber 80er-Jahre, Leute mit Sackos, Ermittler. Das ist mein Miami Vice. So. Gerade wird eine Sequenz gedreht, in der das Ermittler-Team rasant durch die Straßen von Miami kurvt. Stelle sicher, dass auf dem entsprechenden Straßenabschnitt nichts im Weg steht. Wo? Welche Straße soll ich denn blockieren? Das sehe ich gerade nicht. Hä? Welche Straßen? Blockiert ein Gebiet. Vorne. Ah, okay. Gut. Dann müssten wir einfach zwei LKWs, zwei Blockade-LKWs schicken. Neue Linie. Neue Linie. Fahren die zurück? Wo fahren die denn zurück lang? Die müssten auch wieder zurück fahren. Ach, die fahren hier vorne lang. Okay, dann müssen wir das kurz verändern. Das sind unsere Blockade-LKWs. Ähm. Brauchen einen Straßen... Da brauchen wir. Sehr gut. Dann nach der Parkstraße. Oder welche ist das? Parkstraße. Dann hier vorne. Schau, die Musik hat sich geändert. Das ist auch cool. Welche Linie war denn die Blockade-Linie jetzt? Wir werden es sehen. Ist das? Linie 9. Linie 16. Das wird die Blockade-Linie sein. Genau. Das heißt, den zweiten müssten wir direkt dahinter anhalten. Den anderen in eine andere Richtung dann. Die Musik ist cool. Alle, der fährt jetzt hier lang. Okay. Ach, die fahren jetzt beide hier hoch. Gut. Dann müssten wir den hinteren anhalten. Den hier. Den oberen. Wenn der durchgefahren ist. So. Das ist der obere, ne? Das müsste der obere sein. So. Den halten wir jetzt einfach an. Zack. Blockieren. Dann darf da auf der einen Seite zum Beispiel kein Auto mehr durchfahren. Er ist hier unten. Genau. Aber ich mag diese Mission. Kann Straßen blockieren. Sehr gut. Haben wir gemacht. Dann können wir die auch weiterfahren lassen. Ähm. Was haben wir hier? Was haben wir hier? In einer dramatischen Verfolgungsjagd soll das Ermittlerteam den Flüchtigen mit einem Luftkissenboot nachsetzen. Sorge für eine gelungene Inszenierung der entsprechenden Episode. Okay. Ja. Das ist auch nicht so schwer. Äh. Neue Linie. Ich glaube das sind bestimmt auch alles Original Episoden. Also wenn jemand mein Weiß-Fan ist. Der wird wahrscheinlich alle Episoden wieder kennen. Sagt. Ah guck mal das war in der Episode 302. Ich hab keine Ahnung wie lange die Serie ging. Ähm. Das war in der Episode und so weiter. Ich mach aber jetzt eigentlich egal ob wir ja zum Güterteil hinsetzen oder nicht. Vielleicht 17 und 18 brauchen wir. Okay. Dann fangen wir mal ganz kurz eins für 17 und eins für 18 kaufen. Und dann halten wir die andere da einfach an. So. Hier ist die andere. Das ist das Schiff. Das ist das Schiff. Wenn die beiden den markierten Bereich sind, halten wir sie an. Mal kurz schauen welches war das jetzt. Das. Okay. Und jetzt ein bisschen weiter gefahren ist. Halten wir es da gleich an. Und das hier jetzt anhalten. Und das kann man drehen. Das soll nämlich eigentlich erstmal zum Everglades Hafen fahren. Da wo ist das? Kommt es? Da hinten kommt es angeschossen. Sehr gut. Da bin ich gleich mal gespannt was es noch für Aufgaben gibt. Lebensmittel bringen wahrscheinlich. Catering. Jaja. Catering haben wir hundertprozentig noch drin. Aber auch das haben wir schon abgedeckt. Also alles gut. So. Sehr gut. Dann können wir die auch verkaufen. Können. Hier. So viele Action-Szenen abzudrehen macht hungrig. Die TV-Crew wünscht mit einem exzellenten Catering versorgt zu werden. Können wir machen. Wird ich schon automatisch gemacht. Und was willst du? Die zwei TV-Cops sind einer Schmugglerbande auf den Fersen, die ihre Ware mit dem Flugzeug in Sicherheit bringen will. Du sollst beim Showdown in der Luft behilflich sein. Das ist ein Flugzeug, das markiertes Gebiet fliegen. Ich klicke es an. Ich hoffe mal, dass die Flugzeuge ihr das markiertes Gebiet fliegen. Ja, sehr gut. Haben wir schon mal gemacht. Entwischt. Geschickt eingefädelt. Du bist einfach zu clever für die Vollpfosten von Cops und Konsorten. Deine Chefin ist sehr erfreut. Und das wiederum ist gut für deine Gesundheit. Die ist doch eh weg, die Chefin. So. Filmcrew versorgen brauchen wir noch kurz. Dann haben wir das auch gleich schon geschafft. Ähm. Hier hinten haben wir noch was. Laut Drehbuch sollen die Bösewichte hier gleich mehrere Brücken in die Luft jagen. Du hast so etwas selbstverständlich noch nie gemacht. Kennst das aber vom Hörensagen. Natürlich kann ich das vom Hörensagen. Und. Sehr gut. Stellen wir es natürlich wieder her, sonst sind unsere ganzen Linien kaputt. Äh. So. Zack. Haben wir das gemacht. Und jetzt fehlt nur noch das Catering. Wenn da ein Truck mit Lebensmittel ankommt, dann haben wir das auch. geschafft. Das ging schnell. Ja. Sehr gut. Okay. Okay. Dann. Okay. Dann klicken wir mal drauf. Die Jungen, Schönen und Reichen geben sich nicht mit gewöhnlichen Studentenpartys zufrieden. Bringe sie nach Miami Beach, wo sich Glamour mit einem Hauch Verruchtheit paart. Ja. Das kriegen wir eh hin. Kann ich eh die Busse fahren. Sehr gut. Die Schrägen von Key West haben ihre eigene Republik ausgerufen und wollen den Vereinigten Staaten von Amerika den Krieg erklären. Der Grund, die Aktivitäten der US-Zollbehörden auf dem Weg zur Insel schaden dem Tourismus. Hilft der Inselbevölkerung dabei, der nicht ganz ernst gemeinten Kampfansage Beachtung zu verschaffen. Das ist auch eine echte Situation. Da habe ich auch schon was drüber gehört. Als Waffen im Krieg gegen die US-Amerikaner sollen der Spaßvogelrepublik trockene Brotstangen dienen. Hilf bei der Aufrüstung, indem du dafür sorgst, dass möglichst viele frisch gebackene Brote in der Bäckerei liegen bleiben und steinhart werden. Okay. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal hier einen Truck anhalten gleich. Wenn jetzt noch einer kommt, dann halten wir die einfach mal mitten da vor der Dings an und blockieren das. Wäre so meine Idee. Zack. Und jetzt stehen sie erstmal rum. In der Gegenrichtung sollte da jetzt auch nichts rankommen. Aber sollte die jetzt runtergehen. 63? Ja, sie geht runter. Oder? Ist das... Kann auch sein, dass wir tatsächlich ein paar LKWs verkaufen müssen. Oder zurück ins Depot schicken müssen. Weil... Es kann auch sein, dass das nicht die tatsächlich angekommen sind, sondern die vielleicht ankommen sind. Wir gucken erstmal gleich, was wir noch bei den anderen Missionen machen müssen. Ich weiß nicht, ob das jetzt, wenn wir die ganze Zeit blockieren. 63. Ich glaube nicht, dass es runter geht. Ich glaube nicht, dass es runter geht. Ich will den Satz mal beobachten. Das bringt eher weniger. Ich glaube, das hätte sich schon verändert, wenn das was bringen würde. Dann lass uns mal auf jeden Fall welche Idee. Wir bringen einfach welche Linien kommen hier an. Zwei Linien, oder? Ne, nur Linie 5. Okay. Das heißt, Linie 5 wird jetzt mal ins Depot geschickt. Dann sollte doch eigentlich alle Fahrzeuge ins Depot schicken. So, ja. Und jetzt sollten sie eigentlich anfangen, müsste die runter gehen. Weil wir jetzt keine mehr dahin liefern. Abholen. Das müssen wir jetzt mal kurz beobachten, ob das unter 40 gleich fehlt. Wir gucken in der Zeit schon mal, ob wir eine andere Herausforderung nochmal kriegen. Da hätten wir noch ein großes Fragezeichen. Der Everglades Nationalpark ist ein perfektes Ausflugsziel für Familien. Zumindest solange man auf die Kinder aufpasst und die Alligatoren nicht hungrig sind. Ich bringe 50 Personen aus meinem Leben per Boot in die Everglades. Okay. Verkaufen. 1, 2, 3. Neue Linie. Wollen wir, es gibt schon eine Linie hier vorne, ne? Egal, nehmen wir da noch eine neue Linie. Passt schon. So, sehr gut. Dann haben wir das. Jetzt brauchen wir noch, äh... Gucken wir noch, was wir machen müssen. Es geht immer noch 62. Das kann ich nicht verstehen, warum wir immer eine Transportleistung haben. Oder das ist erst, weil die noch unterwegs sind oder so. Ich verstehe es nicht, ehrlich gesagt. Warum hat es hier noch Transportleistung? Die sollten eigentlich runter gehen. Da fahren doch keine LKWs mehr hin. Oder deckt das irgendwas. Kann ja nicht sein. Das ist viel zu weit weg alles. Das kann eigentlich nichts mit abdenken. Oder vielleicht müssen die erst hier, äh, weggehen. Was jetzt runter geht. Ich weiß nicht, warum es nicht runter geht. 62. Ja, wir gucken gleich mal, ob wir das irgendwie nochmal weiter runter kriegen. Familien befördern. Ja. Zielgruppe anlocken. Nahrung liefern. Wohin denn Nahrung liefern? 50 Lebensmittel. Ja, aber Miami wird doch schon mit Lebensmittel versorgt, glaube ich, ne? Einmal schauen. Sollte aber... Und die Transportleistung geht hier einfach nicht runter. Ich weiß nicht warum. Das ist die Transport... Hä, warum geht die hier nicht runter? Es dürfte eigentlich keine versendet werden. Ich krieg 17. Und tschüss. 62% ohne Station. Auch nicht schlecht. Und tschüss. 62% ohne Station. Auch nicht schlecht. Ich hab keine Ahnung. Wir beobachten das noch mal ein bisschen weiter noch. Personen transportieren. Nahrung müssen wir dann halt wieder liefern, ne? Nachher. Das ist halt das nächste Problem. Wir müssen dann gleich wieder Nahrung liefern. Für die nächste Mission. Falls müssen wir die Mission integrieren, würde ich aber ungern machen. Es ist ein Paradies für allerlei schräge Vögel. Die mögen es gerne unkonventionell. Befördere sie unter Tram. Ein für die USA der 80er Jahre höchst ungewöhnliches Verkehrsmittel. Okay. Dann packen wir die Strecke einfach auf Tram aus. Ich glaube, das war hier, genau. Dann müssten wir mal gucken, welche Linie das ist. Linie Nummer 13. Linie Nummer 12. Linie verwalten. Fahrzeuge ersetzen. Passagier. Ach ne. Alle Fahrzeuge verkaufen. Ja. Interessant, dass wir hier eine Tram bauen sollen. Aber wie schon gesagt. Das ergibt eigentlich in den USA wenig Sinn. Gebäude. Ich hätte gerne ein Tram-Depot. Dann kaufen wir mal... Nehmen wir hier genau das Toronto-Ding hier. Was ist das hier? Neue Linie. Jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen das richtig ausbauen. Weil hier irgendwie gerade... Doch das sollte eigentlich gehen. Eigentlich ist alles Tram ausgebaut. Hm. Na gut. Das passt. Aber das verdient, äh, die Transportleistung. 50%. Okay, sie geht runter. Sehr gut. Es dauert nur ewig. Müssten dann gleich nur wieder gucken, dass wir die dann auch wieder eingesetzt kriegen. Weil wir auch Nahrungsmittel liefern müssen noch für einen Auftrag. Nach Miami. Und liegt es einfach daran, dass wir jetzt, dass die sich erst verkleinern muss immer weiter. Hm. Versendet 3 und 2. Ja, das kann eigentlich nichts mehr versendet haben. Das dauert wahrscheinlich einfach nur ewig, bis er das begriffen hat. Ähm, haben wir noch was zu tun? Ne. Ich glaube, das waren alle Aufgaben, die wir jetzt bisher haben. Wir gucken mal, ob wir das vorher noch... Also, dass das, diese Dings gleich runter geht. Bei den Rest haben wir ja... Können wir die Personentransportieren, das funktioniert ganz gut. Das geht auch runter. Ist immer noch bei 50%, ich verstehe es nicht. Muss halt wirklich das unterste Level irgendwie erreichen. Aber da liegt angeblich immer noch 2 und 3 auf dem Weg. Das kann nicht sein. Das ist ein Bug. Gut. Ich will eigentlich nicht meine schönen Brutten LKWs verkaufen, aber... Gleich hängt das irgendwie damit zusammen. Können wir gleich wieder einstellen und neue kaufen. Verstehe ich grad wirklich nicht, warum das nicht funktioniert. So, die anderen Linien funktionieren. Also, Springer Hacker versorgen. Sollte mit Tram transportieren müssen wir noch ein paar. Ach, hier vorne ist auch ein... Ne, ist alles richtig. Wo sind denn die Trams? Haben wir noch was vergessen, was nicht... Keine Tramgleise hat? Nö, eingesteuert es. Oder haben wir die noch nicht eingesetzt? Das kann natürlich auch sein. Aha. Nö, sind eingesetzt. Wo sind die? Hier 20, wir warten mal. Ist halt sehr viel Stau hier unten. Die könnte man eventuell sogar mal zweispurig ausbauen, die Straße hier unten. So. Oder 4 Spurig, besser gesagt. Passt aber nicht, okay. Dann machen wir es anders. So. Dann sollte sich das vielleicht ein bisschen besser aufteilen. Nehmen wir trotzdem mal die Ampeln weg. So. Und in der einen saßen noch irgendwie schon 17 drin. Das kann ja nicht sein, dass wir da keine Leute transportiert kriegen mit den Trams. Wir könnten auch hier mal ein paar Straßenverbindungen bauen. Das Problem ist halt wirklich, dass wir hier keine Verbindungen haben. So, genau. Zack. Komm her. Sehr gut. Dann haben die jetzt noch mehr Straßenverbindungen. Jetzt sollte das besser laufen. Wo sind die jetzt die Trams? Acht. Na gut. Wir haben das gleich schon. Das sollten wir auf jeden Fall gleich geschafft haben. Transportleistung liegt immer bei 50 Prozent. Ich habe keine Ahnung. Warum? Sind noch welche auf dem Weg angeblich wahrscheinlich. Das ist irgendwie ein Bug glaube ich. Hier sind noch keine mehr auf dem Weg. Wir haben eigentlich keine Transportleistung mehr. Ja okay. Dann probieren wir es anders. Ich glaube ich dürfe wahrscheinlich nicht auf Null fallen. Das ist wahrscheinlich wieder das Ding. Wir machen es anders. Und setzen genau einen Truck ein. Kaufen wir. Oder einen so kleinen? Nein. Nehmen wir einen Truck. Und setzen den auf Linie 5 ein. Und dann sollte er. Sollte das doch funktionieren. So. War das der Linie 5 Truck? Jetzt Linie 1 Truck. Sollte das noch funktionieren. Sollte er das eigentlich mal wieder anfangen gleich da was rüber zu bringen. Aber halt so wenig dass wir unter die 50 Prozent gleich mal fallen. Weil alle anderen Dinge haben wir gleich schon durch. Also die Familienbeförderung sollte gleich durch sein. Tram betreiben sollte gleich durch sein. Jetzt müssen wir gleich nur noch ein bisschen Lebensmittel. Bringen. Und dafür müssten wir eigentlich diese Mission erstmal hier zu Ende kriegen. Aber da versendet jetzt bisher gar nichts. Okay. Jetzt versendet er gar nichts mehr. Jetzt Tram betreiben. Ne doch nicht. Okay. Haben wir das geschafft. Wo ist denn der Linie 5? Hat nämlich für Linie 5 jetzt gerade einen eingesetzt? Wo ist denn der Linie 5 Truck hier? Ähm. Da ist er. Irgendwo hinten. Aber die fangen auch noch nicht an da was hin zu bringen. Ach ja weil der nicht in der Linie ist. Ich bin ein Trottel. Der ist natürlich nicht mehr in der Linie. Linie 5. Weil der ja rausgenommen wurde. wo ist der Mühenweg? Da vorne. Es müsste also eigentlich vor der Beethovenstraße noch kommen. So. Zack. Und jetzt sollte die Anfang ganz geringe Transportleistung was verschicken. jetzt muss ja wahrscheinlich unter 50% fallen. Deswegen muss dann auch ein bisschen was. Transport 51% versendet. Mit 95% kann gar nicht sein. Wie kannst du gar nicht versenden? Da ist nur ein Dings was fährt. Ich verstehe nicht warum das jetzt nicht mit der nicht funktioniert. Wofalls müssen wir. Ich will die Mission aber machen. Weil die bestimmt noch cool ist. Ich will die Mission eigentlich unbedingt schaffen. Und eigentlich weiß ich ja auch wie es geht. Google bringt ja auch nichts. Ich weiß wie es geht. Es läuft nur gerade nicht so wie ich denke. Wir sind immer noch bei 50%. Und das geht auch immer hoch. Also das ist der Linie 5 Truck den wir haben mit dem einen. Wie langsam das runter geht jetzt hier. Hah. bound. 91% Keine Ahnung. Da müssen wir noch einen kleinen mit warten. Ich kann es nicht ändern. Ich will eigentlich die Mission jetzt echt gern beenden. Wie viele Leute müssen wir noch bringen? Die Leute drin? Drei. Das dauert auch noch einen kleinen Moment. Dann haben wir das auch geschafft. 47. Es geht immer noch runter. Warum denn 53 einfach mal wieder? What the fuck? Warum denn 53? Da versendet doch keine mehr. Da kommt doch nur einmal alle zehn Jahre ein Truck. Das ist jetzt runtergegangen auf 48. Ja, 11. Also langsam sollte es. Oder wir machen noch eine Linie, die wir eh brauchen nachher. Und gucken mal, wenn wir den da auch ganz niedrig halten, dann sollte das auch funktionieren. Höher Linie, zack. So, ganz kurz schauen, ob wir welche Waren brauchen. Das sind Güter. Die Lebensmittel nach Miami sind Catering oder wo sollen wir die zum... Ach, hier auch alle. Die brauchen wir jetzt auch alle Lebensmittel. Okay, gut. Dann bekommen die genau auch ein LKW, die andere Linie. Und zwar Linie Nummer 20. Ne, 21, genau. Du hast so viel trockenes Brot produziert, dass die Amerikaner bestimmt innerhalb kürzester Zeit vernichtend geschlagen worden wären. Allerdings hat die selbsternannte Republik bereits eine Minute nach Kriegserklärung ohnehin die bedingungslose Kapitulation eingereicht. Immerhin, die Kontrollstellen der Grenzwache sind verschwunden. Dann wollte ich noch einige für Dings auf jeden Fall noch kaufen. Für die Miami Lebensmittellinie. Jetzt muss natürlich die Fabrik erstmal wieder hochgearbeitet werden, werden die jetzt die ganze Zeit gut versendet. Jetzt müssen wir noch ein paar Familien verschicken, ein paar Leute da umsteigen lassen. Wir könnten hier mal die Straße anbinden, dass hier eventuell die Leute auch da das nutzen können. So, genau. Dann haben wir nämlich schon deutlich größeren Radius abgedeckt als vorher. Und dann werden die vermutlich auch eher hier und her fahren. Aber das soll tatsächlich die Everglades sein. So ganz sumpfig, aber ist natürlich auch schwer darzustellen. Obwohl so Sumpflandschaften wären die Transport für wirklich echt nochmal so eine coole Ergänzung. Also wenn es so richtig sumpfig ist und eingebieten ist, kann ich mir auch ganz gut vorstellen. So, Linie 21. Mal gucken, was die da schon schicken. 4 für Miami, ja nicht so viel. Wir müssen wahrscheinlich auch, wie gesagt, erstmal hochfahren wieder. Die Produktion. Wir könnten auch für Linie 5 Nummer 2 kaufen. Linie Nummer 5. Dass die ja wegtransportiert werden können, die Sachen. Das ist ein 9 Nummer, okay. Das mit der Nahrung dürfte ja schneller nicht. Das einzige, was das auch länger dauern könnte, ist das mit den Everglades. Das die Leute in und her transportieren sollen. Sind hier Leute drin? 1 Nummer. Aber irgendwie funktioniert das auch nur manchmal, ne? Guck mal genau, was hier steht. In die Everglades. Verdiene damit. Okay. So langsam. Und hier dürfte sich auch schon das erste anfangen. Ja, für Miami. Weil das dann auch geschafft haben. Dann ist die Mission glaube ich auch schon zu Ende, oder? Ich weiß nicht, ob wir dann noch was zu tun haben. Das müssten wir gucken. Die müssten jetzt auch wieder konsumieren. Die waren ja vorher schon mal richtig hochgelevelt. Aber das mussten wir ja alles aufgrund der einen Mission wieder ein bisschen runterziehen. Ich habe nur eine Idee, was wir machen könnten. Welche Busse fahren denn hier lang? Wir haben nur irgendwie eine Buslinie, die hier lang fährt, ne? Wir sollten vielleicht anfangen, hier unten noch eine Bushaltestelle hinzusetzen. So. Wo haben wir denn hier die Busse? Das sind die. Linie L. Die verwalten. Nach dem Sportplatz. Lindenweg hier unten. Ja. Von Seite. Ja. Sollte da passen. Deshalb wir uns auch mal welche hier unten runterfahren. 36 haben wir jetzt. 37. Die Nahrung geht auch langsam hoch. Also so lange kann es nicht mehr dauern. Lass uns mal ein bisschen. Ich würde hier gerne mal irgendwas hier noch richtig durch Miami durchfahren. Dann bist du ja immer nur so die Vororte gesehen. Warte, wir steigen gleich mal. Dann haben wir nicht irgendwie ein Fahrzeug, das hier gerade in Miami reinfährt. Hier in den LKW. So jetzt hier durch die Häuser schluchten. Sieht schon ganz cool aus. Die Straße ist ein bisschen schmal für amerikanische Verhältnisse. Aber sonst. Die Tram passt halt überhaupt nicht. Und das wurde das Spiel so. Dafür kann ich sehr wenig. Jetzt sind wir jetzt ziemlich in den Vororten wieder. Und stehen im Stau. Das ist dann schon eher amerikanisch. Ne. Stau gibt es hier auch genug. Aber diese Autokultur halt. 39 gibt es in Deutschland ja auch Autokultur. Das ist Quatsch. Aber ich finde das so krass, wenn es überhaupt keine Nahverkehr in den Städten gibt. Dass man so extrem ins Auto angewiesen ist. Das ist irgendwie auch so. Wenn man sich mal überlegt. Das ist auch. Also wenn man jetzt auch irgendwie beeinträchtigte. Oder Leute die irgendwie. Das einfach die Autofahren können. Wie viel mit einbinden will. Ich finde das einfach assi. Wenn man dann sagt. Ja. Habe halt nicht gehabt. Wir fahren nur Autos. Oder es muss halt mega reich sein Taxi leisten zu können. Aber das ist USA. Das ist halt. Ähm. Gleich. Chancengerechtigkeit. Gleichheit. Ne. Ne wirklich. Warum? Marc macht das schon. Ähm. Gut. Das war jetzt mein politischer Kommentar. Für diese Folge. Immer einer. Ja. Müssam. Wenn er sich das einsteigt. Hier kommt echt. Immer nur einer der hier einsteigt. Die Straße ist heftig voll. Wir könnten hier echt mal vielleicht überlegen. Ob wir so eine breitere Straße aufbauen. Wir machen hier mal richtig fette Straße. Amerikanischer Stil. So. Zack. So was passt doch hier eher rein. Hier sind natürlich überall Ampeln. Die mache ich mal weg. Die stören mich gerade eher. Wollte ich das Stadtbild schon schöner machen und hier passen würden. Aber. Das ist jetzt gerade nicht so viel Stich. Als das der Verkehrsfluss einigermaßen läuft. Äh. Wie viel sind jetzt hier? Immer noch einer. Ach du gut. Die werden mal gucken welche Stelle fertig ist. Kann beides sein. Ich wollte hier drauf. Genau. Fahrzeug verwalten. Ich weiß gar nicht. Ich wollte hier einfach mal gucken wie die Linie läuft. Hier 11. Die fährt dann. Hier wieder zurück. Tatsächlich. Aus der Berliner Straße. Eigentlich solltet ihr dann nochmal durchgehen. Sonst habe ich glaube ich vergessen. Zu machen. Eigentlich wäre es ganz einfach. Dass ihr dann hier wieder zurück fährt. Hier oben hält. Hier unten nochmal hält. Und dann da. Und dann ist zurück nach. Zur Brunnenstraße fährt. Die hinten ist. Genau. Das sollte passen. Dann können wir für Linie 11 jetzt tatsächlich auch nochmal gucken wie der Takt ist. Äh. Linie 11. 4 Minuten. Können wir noch mal ein paar Fahrzeuge drauf packen. Ein paar Busse. Äh. Linie 11. So dass hier auch ein paar Leute immer wieder hier und her fahren. Spring Waker Versorgung. Das hat funktioniert. 5 Passagiere brauchen wir noch. Dann könnte es sein dass wir die Mission machen können. schon durch haben. Kann mir gut vorstellen. Ich meine wir haben jetzt die erste Folge auch irgendwie anderthalb Stunden gemacht. Wo ich mich so 100% drauf aufgepasst habe. So 46 haben wir. Ist ja auch noch einer. Einer immer drin. Sonst wenn es nur einer ist der mal zusteigt. So langsam passiert da was. Warte mal kurz. Hier ist ja gar kein beidseitiger. Busbahnhof. So. Hier unten auch nicht. Bauen wir den jetzt erstmal so auf. Zack. Ja. Jetzt ergibt das wesentlich mehr Sinn. Jetzt steckt dir gar keiner mehr zu. Einen brauchen wir noch. Komm. Einer muss doch hier mal irgendwie noch zusteigen. Ah. Guck mal da läuft auch einer hier. Sehr gut. Da ist einer. Einer hat sich gerade erbarmt und will jetzt hier mit unserem Express da fahren. Hier steht auch noch einer. Ja. Sehr gut. Jetzt geht's wund. Deine Geschäfte laufen kräftig. Die Kröten hüpfen munter in die Kasse. Und das alles sogar ganz legal. Eine beeindruckende Karriere die du da hingelegt hast. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge endlich in der Deutschland Kampagne wieder. Macht's gut und tschüss. Dann geht's. 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 Dann geht's.